Hallo meine Lieben! Willkommen zu einem neuen Video von mir und heute habe ich mal wieder eine dicke Latter für euch. Das Körbchen ist wieder voll und dann heißt es für mich tatsächlich, ich muss es abdrehen. Es hat sich ein bisschen was angesammelt. Einen Teil von den Sachen kennt ihr schon bzw. habt es in anderen Videos dann schon mitgekriegt, dass ich diese Sachen aussortiert habe. Es sind aber auch ein paar Sachen dabei, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Und da würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Viele der Sachen, die ich euch zeige, müssen nicht unbedingt schlecht sein. Das möchte ich immer davor sagen. Sie müssen nicht unbedingt schlecht sein, sondern es kann sein, dass sie einfach für meine Haut nicht funktionieren, nicht mit meinem Hauttyp oder einfach nicht mit meinen Präferenzen. Das, was ich mir von einem Produkt erhoffe. Und wenn das nicht zutrifft, dann muss es leider gehen. Und ich fange direkt einmal hiermit an. Von M.A. Sam habe ich mir einmal diese Sonnencreme gekauft und habe wirklich sehr darauf gehofft, dass die funktioniert mit meiner Skincare-Routine, mit meinem Make-up. Leider war das nicht der Fall. Ich habe sie ein einziges Mal benutzt und man konnte wirklich meine Make-up-Schicht wirklich vom Gesicht abziehen. So war der Effekt dann mit dieser Creme. Fand ich nicht schön. Und ja, sie ist auch nicht gerade günstig. Ich habe sie jetzt nur zum Probieren gekauft, weil mein Sonnenschutz, den habe ich von Eucerin, dieses Oil Control. Das ist bisher das Beste, was ich ausprobiert habe. Man möchte natürlich einfach noch mal schauen, was gibt es denn überhaupt auf dem Markt? Was gibt es für Alternativen, die vielleicht auch ein bisschen günstiger sind? Und ja, das war leider nicht der Fall. Deswegen wird diese Creme jetzt gehen. Dann habe ich aussortiert von Catrice diesen Bronzer hier. Das ist der Maxi Baked Bronzer aus dieser Limited Edition, angelehnt an den Joker. Ich habe das Gefühl gehabt, das wäre nicht so wirklich ein gebackenes Produkt, weil die Textur von diesem Bronzer ist recht cremig. Und da lag tatsächlich auch das Problem. Denn mit Puderprodukten kann ich persönlich einfach deutlich besser arbeiten. Bei dem hier habe ich immer das Gefühl, es lässt sich nicht verblenden. Ich kann es nicht mit dem Pinsel verblenden. Das fand ich richtig, richtig schade. Der Bronzer blieb wirklich an Ort und stelle. Und es sah dann immer aus, als wäre mein Gesicht dreckig. Als hätte ich Dreck auf dem Gesicht und kein Bronzer. Ich habe sowas ähnliches, ja. Also ich habe sowas wie der hier. Die Texturen sind sich sehr ähnlich. Aber den von Physicians Formula, den kann ich wenigstens verblenden. Also er hat auch eine etwas cremigere Textur. Aber sobald es aufs Gesicht kommt, sobald es auf den Pinsel kommt, dann wird es wiederum eher etwas pudriger. Und das habe ich halt bei dem hier sehr vermisst. Und ich muss sagen, der Farbton, der täuscht so ein bisschen. Ich habe gehofft, dass das so ein etwas kühlerer Bronzer ist. War leider nicht der Fall. Das hat mehr so einen roséfarbenen, warmen Stich. Das mag ich persönlich jetzt nicht ganz so gerne, weil mein Hautunterton eigentlich nicht wirklich rosé ist, sondern eher gräulich. Deswegen war das nicht so wirklich mein Produkt. Ebenfalls von Catrice darf dieser Space Glam Highlighter gehen. Ich könnte ihn natürlich auch auf den Augen benutzen, weil da finde ich, ist diese Textur, diese Formulierung am besten geeignet. Ich finde, diese Formulierung gehört nicht auf die Wangen, weil auf den Wangen hatte ich immer das Gefühl, ich habe wirklich grobes Glitzer, was ich nicht wirklich gut verteilen kann, was sich gefühlt überall verteilt hat, nur nicht da, wo ich es haben wollte. Wisst ihr, was ich meine? Und dieses grobe Glitzer, das war kein, es war kein schöner Schimmer. Es war einfach nur grobes Glitzer. Und da muss ich sagen, das hat mir absolut nicht gefallen an dem Produkt. Die Textur ist halt hier auch wieder etwas cremiger und sowas gehört für mich einfach in eine Lidschattenpalette und nicht als Highlighterform. Genau. Dann habe ich eine Mascara aussortiert von Trended Up, die Lash Heaven Mascara und nicht, weil ich sie schlecht fand, sondern weil ich sie gut fand und wirklich bis zum letzten Atemzug wirklich benutzt habe, wo ich es wirklich benutzen konnte. Sechs Monate darf ich ja nach dem Öffnen diese Mascara benutzen und das habe ich auch getan. Und jetzt darf dieses Produkt gehen. Ich muss sagen, das ist eine der besten Mascaras, die ich jetzt im Laufe des Jahres getestet habe. Und ich muss sagen, die färbt nicht ab, also die stempelt nicht ab. Gerade mit meiner öligen Haut ist das immer so ein bisschen das Problem, dass die Mascara direkt hier unten landet. Und die trocknet schnell, die macht wirklich einen guten Job, gerade so was das Volumen betrifft. Es ist jetzt nicht so extrem überragend, dass ich jetzt sagen würde, das ist eine super geile Mascara, die ich mir immer wieder nachkaufen würde. Klar, wenn ich wirklich nichts anderes finden sollte, was mich überzeugt, dann werde ich sie mir nachkaufen, definitiv. Aber ja, sie ist, wie gesagt, eine der besten Mascaras, die ich bisher hatte. Und hier haben wir ein Produkt, was leider gar nicht funktioniert hat. Das ist von, ebenfalls von dieser Limpth Edition, aber diesmal mit Essence und Harley Quinn. Das ist eine lila Mascara und da war ich wirklich sehr gespannt drauf. Einfach weil sie lila ist und von der Bürste habe ich eigentlich gedacht, dass das gut funktionieren könnte. Leider hat man dieses Violett gar nicht gesehen auf den Wimpern. Die Mascara hat wirklich gefühlt fast gar nichts gemacht. Kein Volumen, keine Länge. Die Tusche kam gefühlt gar nicht auf die Augen. Und das fand ich wirklich, wirklich schade, weil wozu brauche ich eine Mascara, die man erstens nicht sieht und weder von der Farbe noch von, ne, von der Tusche her. Also das fand ich wirklich enttäuschend. Und ja, was soll ich dazu sagen? Eine weitere Mascara, die gehen darf, ist von Catrice, die Max It Mascara. Und eigentlich hat sie einen guten Job gemacht. Also sie hat meine Wimpern getuscht und ich fand es auch schön. Nur leider hat sie mir abgestempelt und das Produkt wollte einfach nicht trocknen. Es wollte einfach ums Verreckten nicht trocknen. Und ich hatte wirklich, ich habe ja schon das Problem, dass ich halt diese Schlupflieder habe und immer gucken muss, wie trage ich meine Mascara auf, ohne dass es direkt hier oben landet. Und bei der hier, ich habe sie aufgetragen und normalerweise mache ich es so, ich mache meine Wimpern-Tosche und mache den Rest meines Gesichts wirklich fertig. Nachdem ich aber fertig war, weiß ich immer noch nicht trocken. Und das war, das ging gar nicht. Das, ne, das tut mir leid, aber das ging absolut nicht. Dann habe ich von XX Revolution einmal diesen Primer hier. Das ist der Bright Light Primer. Den hatte ich in einem Geschenkset. Das heißt, das bestand aus einer Lidschattenpalette und einem Lipgloss. Und bei dem Primer ist es so, ich habe ihn jetzt zweimal benutzt. Das erste Mal fand ich ihn gut. Aber beim zweiten Mal ist mir dieser komische Geruch aufgefallen. Und ich glaube nicht, dass der mir gekippt ist, weil ich habe ihn eigentlich in dem Zeitraum benutzt, wo es, ja, innerhalb von diesen sechs Monaten habe ich die ja verwendet. Und da ist es mir nie aufgefallen. Aber dann, als ich das das zweite Mal benutzt habe, fand ich es sehr, sehr merkwürdig. Vom Geruch her, der war schon ein bisschen strenger. Und das Produkt an sich hat mir sehr gut gefallen. Das war so, wie so eine Art Feuchtigkeit. Eine etwas cremigere, schwere Feuchtigkeitscreme. Fand ich schön. Hat sich gut einarbeiten lassen. Hat sich auch mit meiner Foundation vertragen. Das war jetzt nicht das Problem. Aber ich möchte jetzt nicht so Produkte benutzen, die so einen chemischen Geruch von sich geben. Und da kann ich mir wirklich nicht sicher sein, okay, ist das wirklich gekippt oder, na, ja. Ja, deswegen vorsichtshalber geht es jetzt raus. Dann habe ich hier ein Lippenprodukt von Essence, der Meta Glow pH Rating Lipstick. Also der, sobald der auf die Lippen kommt, reagiert er mit dem pH-Wert und wird dann so pink. Die Farbe hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, ich bin nur ein bisschen traurig, dass ich den aussortieren muss. Aber was mich wirklich gestört hat, ist der Geschmack. Dieser Geschmack hat sich in meinen Rachen gelegt. Und da blieb er tatsächlich. Und ich habe so nicht so wirklich verstanden, woran das liegt. Ich dachte zuerst, das liegt vielleicht irgendwie an etwas, was ich gegessen habe oder an meiner Zahnpasta. Und irgendwann bin ich dahinter gekommen, das liegt an diesem Produkt hier. Finde ich sehr schade, aber ich mag den Geschmack absolut gar nicht. Das fand ich wirklich widerlich. Dann habe ich ein Declutter gemacht bei meinen ganzen Nagellacken. Und da muss ich sagen, da werden jetzt einige gehen müssen. Die werde ich euch einfach nur mal ganz kurz in die Kamera halten. Da sind einige von Essence, es sind von Belle, einige von Reval Loves Me, von Gatubi. Also das sind... Ich zähle die mal kurz durch. Wie viele habe ich denn aussortiert? Es sind insgesamt 22 Nagellacken. Und deswegen war das hier auch so voll, weil das halt doch recht viel Platz wegnimmt. Und ich habe einfach festgestellt für mich persönlich, dass ich einfach nicht mehr die Geduld habe, mich hinzusetzen und zu warten, bis ein Nagellack trocknet. Vor allem, weil man macht sich ja die Mühe und dann ein, zwei Tage später splittert der Nagellack ab. Und das ist etwas, was mich tierisch nervt. Ich bin so ein kleiner Perfektionist, muss ich sagen. Bei mir muss es wirklich passen. Und wenn es nach zwei Tagen schon wirklich aussieht, als hätte ich was, was ich mit meinen Händen gemacht. Klar, ich habe einen Handwerksberuf. Da sehen meine Hände natürlich nach einer gewissen Zeit einfach nur dementsprechend aus. Aber das stört mich halt Nagellack. Bei solchen Nagellacken, bei solchen Farben, da sieht man das direkt, wenn etwas abgesplittert ist. Und ich möchte einfach nicht mehr so viel Zeit zubringen und zu warten und diese ganzen Dämpfe einzuatmen. Da bin ich tatsächlich mittlerweile nur noch bei meinen Manico UV-Nagelstreifen, weil die mir einfach die ganze Woche halten, ohne dass ich mich darum noch zusätzlich kümmern muss unter der Woche, dass ich noch extra Zeit aufbringen muss, um das Ganze dann nochmal zu korrigieren, nachzutragen. Und nee Leute, es tut mir leid. Das möchte ich einfach nicht mehr. Ich habe meine Nagellack-Sammlung wirklich auf ein Minimum reduziert. Das sind Farben, die ich gerne weiterhin benutzen möchte. Definitiv, ob auf meinen Zehennägeln oder auf meinen Fingern. Das sind Farben, die ich durchaus immer wieder benutzen möchte und sie ungern aussortieren würde. Genau. Und bei diesem Nagellack möchte ich nochmal gesondert drauf eingehen. Das ist der von Kiko. Ich hatte das erste Mal bei Kiko bestellt und muss sagen, ich war nicht von allen Produkten wirklich überzeugt. Bei dem ist es wirklich so, dieser Nagellack wollte nicht trocknen. Das ist ähnlich wie bei der Mascara. Das wollte einfach nicht trocknen. Und da war ich so am Überlegen, weil die Farbe gefällt mir wirklich, wirklich sehr. Und eigentlich hätte ich ihn auch behalten. Allerdings, selbst wenn ich einen Topcoat drüber mache, geht nicht. Es will einfach nicht trocknen. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, ich kaufe mir jetzt von Trend It Up diesen Quick Dry Spray. Also ein zusätzliches Mittel, damit ich das auf den Nagellack sprühen kann. Was mir bei dem Produkt leider nicht gut gefällt, ist diese ölige Substanz. Dieser ölige Film, der zum Schluss auf meinen Fingern bleibt. Und ich mag absolut nichts, was ölig ist oder was klebt, weder auf meinem Körper noch in meinem Gesicht. Und das ist etwas, was ich gar nicht mochte an dem Produkt. Es hat schon gewirkt. So ist es nicht. Aber ich wollte kein Öl auf meinen Fingern haben. Und das hat mich echt gestört. Ich musste das abwischen, aber trotzdem war es irgendwie noch da. Und nee, will ich nicht. Mag ich nicht. Weg damit. Deswegen darf auch dieses Produkt jetzt gehen. Dann habe ich, was mir auch so ein bisschen leid tut, was mich auch so ein bisschen traurig macht. Ich sortiere jetzt alle meine NYX Powder Puff Lippies aus, die ich hier in diese Container abgefüllt habe. Und ich habe mir natürlich sehr, sehr viel Mühe damit gegeben. Ihr seht es, ich habe alle Farben, die ich hatte, in diese anderen Behälter umgefüllt, weil ich einfach den Applikator da besser fand als diesen Original-Applikator. Und daher dürfen die aber trotz allem letztendlich jetzt gehen. Einfach, weil ich, ich sage euch wohl, das Problem liegt. Ich habe von Grund auf trockene Lippen und auch meine Lippenränder sind trocken. Das heißt, sie sind so etwas rissig, sage ich jetzt mal. Und jedes Mal, wenn ich einen von denen auftrage, dann setzt sich das Produkt in diese kleinen Rillen mit ein. Das geht dann halt über die Lippenränder und das sieht dann wirklich aus, als hätte ich meine Lippen ausgefranst. Als hätte sich der, der Lippenstift sonst wo reingesetzt und das fand ich absolut nicht schön. Ich fand das echt nicht schön und ich habe mich gewundert, warum mir das früher nicht so wirklich aufgefallen ist. Okay, früher habe ich sie jetzt nicht so intensiv in Benutzung gehabt. Ich hatte sie erst die letzten, in den letzten Monat wirklich so öfters gebraucht, öfters auch nachgetragen. Auch während meiner Arbeit habe ich einfach öfters mal danach gegriffen und habe das nachgetragen. Vielleicht war es zu viel Produkt, was ich aufgetragen habe. Aber trotz Lip Liner ist mir das passiert. Ich habe ja so einen durchsichtigen Lip Liner aufgetragen, um die Ränder drumherum, damit das halt nicht passiert. Aber es ist mir trotzdem passiert. Und daher habe ich gesagt, okay, nee, ich möchte, dass ein Lippenstift funktioniert, egal welche Formulierung er hat. Er soll sich bitte nicht über meine Lippenränder setzen. Das hier passiert mir ja mit dem hier auch nicht. Und das ist auch eine ähnliche Formulierung, nur dass das halt mehr so ein cremigeres Produkt ist. Und das hier ist halt eher matt. Fand ich merkwürdig, wirklich. Fand ich merkwürdig, Leute. Ein weiteres Lippenprodukt darf gehen, ist von Essence, dieser Lip Liner hier. Und was haben wir denn hier für eine Farbe? Das ist die Farbe My Love. Das ist ein roter Lip Liner. Und ich bin kein Lip Liner-Mädchen. Also ich trage ungern Lip Liner auf, weil das ist nochmal ein zusätzlicher Step, den ich nicht machen möchte. Ich möchte es einfach, dass es funktioniert. Und ich trage auch sehr selten mal einen roten Lippenstift. Das ist halt eine Farbe, die für mich persönlich, das muss man mit wirklich viel Selbstbewusstsein tragen. Und ich finde, roter Lippenstift, da muss ich mich immer so ein bisschen zwingen. Und daher werde ich dieses Produkt wahrscheinlich sehr, 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 sehr selten benutzen. Und nee, darf jetzt gehen. Ein weiteres Nagelprodukt darf gehen. Und das ist von dieser Essence Limited Edition, die zum Jahresbeginn herauskam, mit diesem Drachen. Und ich finde einfach, dadurch, dass meine Nägel sehr gewölbt sind, sehr gebogen sind, legt sich der Sticker nicht gut um den Nagel drumherum. Der Kleber ist einfach nicht stark genug. Und so kann ich, wenn ich dann einen Topcoat drüber mache, das steht immer noch ab. Und bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich irgendwo mit meinen Nägeln drankomme, dann ist es direkt ab. Und das stört mich. Das geht jetzt also auch raus. Noch eine Mascara von Essence. Das ist Lash Like a Boss. Und an und für sich, was mich bei der hier jetzt gestört hat, ist, dass auf dem Pinsel wirklich sehr, sehr viel Produkt ist. Also man muss es wirklich sehr abstreiten, bevor man die Mascara nutzt. Und die stempelt leider bei mir ab. Also ich hätte wahrscheinlich die Mascara weiter benutzt. Aber dadurch, dass sie halt nach ein paar Stunden tatsächlich sogar schon, dass sie hier abstempelt, fand ich nicht nice. Fand ich echt nicht nice. Und ich habe halt das Problem mit öliger Haut. Und wenn das Produkt wirklich abstempelt, dann bringt mir das gar nichts. Dann möchte ich nicht aussehen nach ein paar Stunden wie so ein Panda. Nö, möchte ich nicht. Nö, nee. So, das letzte Produkt ist von Maybelline. Und das ist einer dieser Tattoo-Creme-Lidschatten. Und so sieht die Farbe aus. Ich habe mich dazu entschlossen, alle Produkte von Maybelline und von L'Oreal, die ich direkt auf die Augen auftrage, komplett auszusortieren. Ich werde jetzt nicht auf den genauen Grund eingehen. Einige werden es wissen, andere nicht. Ich habe meine Gründe. Also ich werde nichts mehr benutzen, was von Maybelline oder von L'Oreal oder von NYX ist. Auf den Augen. Da möchte ich gerne ein bisschen auf meine Gesundheit achten. Deswegen schaue ich mir genau an, von wem sind die Produkte, die ich an meine Augen dran lasse. Und ja, also daher darf dieses Produkt jetzt auch gehen. Und ich muss sagen, das war es auch schon. Das waren die Produkte, die ich aussortiere. Und ja, wie gesagt, der Großteil waren dann halt diese Nagellacke hier, die sehr viel Platz mitgenommen haben in diesem Behälter hier. So, das waren die Produkte, die jetzt rausgehen. Und ich muss sagen, also diesmal bin ich jetzt nicht so wirklich traurig über einige der Sachen. Und die dürfen jetzt weiterziehen. Sagen wir es mal so. Ich hoffe, meine Erklärungen waren nachvollziehbar und ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr einige der Sachen ausgetestet habt, dann dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir uns darüber austauschen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Ich bin gerade so ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Also vielleicht hört man das meiner Stimme an. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen und ich hoffe, dass diese Erkältung, die sich da anbahnt, nicht doch ausbricht. Wir werden es sehen. Mal gucken. Auf jeden Fall. Macht das gut. Tschüss.